Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. In der letzten Folge haben wir einiges wieder hergerichtet, ein bisschen umgebaut, neu designt. Mir sind in der Zwischenzeit so wieder zwei Personenzüge ineinander gekracht. Liegt an dieser Station hier. Es ist eh unsere Problemzone eindeutig hier vorne. Die sollte man eventuell mal überarbeiten. So, was ihr aber seht, ich habe ein bisschen gewartet seit der letzten Folge, weil wir ja gut Geld machen die ganze Zeit. Da haben wir jetzt 12,3 Millionen auf dem Konto liegen. Und hier einen schönen kleinen Kohleladen, den man versorgen könnte. Ich habe mir gedacht, wenn wir hier ein Schienenlein abfahren lassen, könnten wir dieses Teil mit Kohle versorgen. Dafür müssten wir halt hier wieder Schienen abreißen. Das wäre eine Überlegung wert. Und der scheint immer noch gut zu laufen. Ja, die sind bummvoll, das schaut gut aus. Aktuell laufen wir hier auf Max Capacity. Aber was wir jetzt vor allem machen können, wir können hier ausbauen. Und da hat sich jemand eiskalt hingesetzt. Ich glaube es nicht. Ich kann es ja nicht fassen. Wichtig wissen wir da eigentlich noch. Ich weiß es gar nicht mehr. Terraforming. Ebnen. Warte schon. Waren wir da schon fertig? Wiss. Ah ne. Wollte gerade sagen, irgendwie wäre das komisch gewesen. Aber hey, so ein paar Millionen machen ja jetzt nicht mehr viel aus. Hey. So. Neues Schienensystem. Nr. 2 Riesige Bahnhöfe. Aber dann können wir nicht auf mehr Erz transportieren. Das hat schon einen guten Grund, warum wir das jetzt so machen. Und hinterher hört ihr mir meine Vögel wieder. Die haben wir auch viele Upgrades bekommen. Vielleicht mache ich dazu mal ein Video, was da Vögel sind und so und der. Das passiert jetzt eh relativ viel bei mir. Was auch dazu führt, dass ich weniger Zeit haben werde. In den nächsten zwei Monaten immer mal wieder zwischendurch. Es kann passieren, dass ich mal keine Videos drehen kann. Ich versuchte zwar immer gut vorzuarbeiten, was ihr zum Glück nicht gemerkt habt. Weil ich da ein paar Wochen mal nicht wirklich Zeit hatte aufzunehmen. Und da halt wirklich vorproduziert habe. Wie irre. Das hat man glücklicherweise nicht mitbekommen. Aber teilweise geht es halt auch nicht anders. Dass man wahrscheinlich mal sagen muss. Hey Leute, wir werden jetzt aktuell keine Videos haben. So, das wäre der Güterbahnhof der Neue. Einmal schnell einen neuen Güterbahnhof, bitte. Und dann einen neuen Passagierbahnhof. Kann ich nicht einfach sagen, ich will... Ich versuch gerade auszunehmen. Nein, das geht nicht. Okay, du kommst hier hin. Ich will eine große Schienenverbindung bauen. Und dafür brauche ich große Bahnhöfe. Ist doch relativ simpel zu erklären, ne? So. Was mein Plan war, dass sich die dann hier aufteilen. Also wir fahren hier rüber. Ziehen das hier zusammen. So, die Schienen müssen jetzt auch mal hier wieder weg. Erst. Und alles, was dahinter ist. Alle Lows und so müssen auch zusammengesammelt werden. Aufgeräumt. Dann haben wir jetzt hier ordentlich an Schienen neu gebaut. Dann haben wir schon 2 Millionen... Ne, nichtmals 1,5 Millionen haben wir jetzt investiert in den Umbau. In den Terraform-Bereich. Da muss man ja auch investieren. In neue Systeme muss man halt auch investieren können. Und das ist jetzt halt hier auch so. Gut. Dann machen wir jetzt noch so ein bisschen Vorraum. Schauen wir mal, was da man mit anstellen kann. Was man machen kann, ist auf jeden Fall, dass man sagt, dass man die beiden hier erstmal zusammtut. So. Und dann geht man hier so hin. Das sind die beiden Gleise, die geteilt werden. Dann gehen wir hier noch so bis hier hin. Ich würde beziehen jetzt eh gleich einfach von vorne draußen. Das ist gleich eh komplett Latte. Ich will halt, dass wir auf jeden Fall genug Platz haben. Um zu rangieren und zu arbeiten. Also, dass hier dann auch ein Zug reinfahren kann. Würde eh nicht gehen, weil die Züge sind so lang, dass das sich staunen muss. Quasi. Was hier auf jeden Fall sein muss, ist das ein beidseitiges. Was der One-Way-Ticket ist. Der Ausgang. Der Eingang. Die Frage ist dann, hält man das? Das halten wir eher kurz. Da bin ich aber auch echt dumm. Das ist jetzt echt dumm gewesen von mir. Halten wir das doch lieber kurz. Anstatt dass wir es ewig lang machen. Dann kommt hier am Ende so eine Abschlussschiene hin. Und hier die Einführungsschiene. Und er sagt so, hey, da ist einer frei gerade. Da kannst du jetzt hin. So, dann würde ich sagen, hier teilen wir uns dann auf. Die dementsprechenden Richtungen. Also, das ist zum Beispiel, sagen wir, dass es ganz simpel ist, dass hierhin kommt. Du kommst hierhin. Dann schauen wir mal, wie gut wir das alles hinbekommen. Weil die sind halt schon breiter gebaut wie das da, aber... Kann ich schnell den Zug? Kommt da irgendein Zug, der nach da fährt? Nee, aktuell nicht. Ich muss kurz vorspulen. Bis sie die Gebiete frei machen. Dann kann ich nicht hier jetzt abreißen und umbauen. So, wie wir das benötigen. So. Jetzt müssen wir noch ein bisschen terraformen und noch ein bisschen ebnen. Noch so eine Fläche. Begradigen wir noch mal schnell das hier auch. Und setzen die Schienen bis nach vorne an die Kante. So, das sind sozusagen die Schienen, die jetzt von da kommen. Ob die so nah beieinander liegen sollen? Ich weiß es nicht. Das wird schon passen. Dann würde ich aber schauen. Warte, dass wir das wie folgt machen. So, das würde ich so aufteilen. Und dann machen wir hier daraus einfach ein ganz simples Signal-Eck. So. Was wir machen können, wenn wir uns natürlich ein bisschen größer gemacht hätten, ist, dass man hier so Signale reinsetzt. Dann hätten wir hier... Nee, wohl, das passt schon so. Das passt schon so. Das passt schon so. Dem neuen System sollte das Ganze auch relativ gut gehen. Schauen wir, wie gut das funktioniert jetzt. Neuer Bahnhof. Kommt der nächste nach da gefahren, weil dann können wir auch die Kohle... Zwei riesige Kohlezüge aufbauen, endlich. Auch in der Masse. Die noch dann da unten fahren. Das wäre natürlich sehr praktisch. Na schon, da war schon der erste. Er will jetzt Sand haben. Jetzt können halt die Mini-Züge auch mal endlich out of commission gehen, sozusagen. Wir haben hier zwei... große Systeme. Wir haben ja auch Planken eigentlich, die geliefert werden müssen. Der Laden hält sich aber gut. was ist die Bevölkerung ist das Problem aktuell eher. Aber wir können halt auch mehr liefern, theoretisch. Bedeutet, ich werde mal zwei neue Züge erstellen, schnell. Oh Leute, haben wir hier noch Out of commission Züge? Warum ist da ein Zug, der... Ach, der ist nur 118 Meter lang. Der war zu kurz. Stimmt, die waren alle ausrangiert. Die waren ja alle ausrangiert. Alle verkaufen für fast eine Million. Ja. Jetzt kommen neue Züge dran. Das machen wir doch erst mal. Den großen Transporter hier. Was müssen wir noch da unten liefern? Machen wir jetzt erstmal den Kohlezug. The Coke Train. Duplicate. Duplicate. Das wird hoffentlich schon lang genug sein. 200, 18, 250 sind die Bahnhöfe lang. Das würde ich sagen, passt. Maximum 180 kann aufgrund der Leistungsmangel nicht erreicht werden. Lol, ich kann... Ersetzen. Gewicht, Geschwindigkeit. Also, das ist die stärkste Lok, die wir haben. Also, von daher... Die kriegt jetzt den Auftrag. Individuen. Hier. Laden. Hier unten. Entladen. Okay. Jetzt kommt hier ein ewig langer Zug raus erstmal. Blockiert erstmal den halben Verkehr. Fahrzeug 17. Also, einer der Busse. So, jetzt kommt ein riesiger Transporter. Der wird erstmal Kohleproduktion aufnehmen, wie die Hölle. Wir sollten das Lager erweitern. Vielleicht wäre es schlau, da ein großes Lager hinzustellen jetzt. Nee, Produktion, Lagerhäuser, wie viel hält so ein großes. Nee, ich hätte gerne die Info, wie viel passt da rein. Dann kann ich einfach so sagen, no, übersetzen. Kann ich nicht, nein, schade. ist der schon unten, oder wo ist der? Oh, der ist schon wieder auf dem Rückweg. Oh, 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 was sagen die dazu? Die Überforderung wahrscheinlich mit den ganzen Lieferungen auf einmal. Wo kommt jetzt die Kohle her? Oh, jetzt steigen die Preise wieder. Und jetzt können wir gleich dazu noch die, kann ich den einfach duplizieren? Das ist ja cool. Ist noch ein bisschen stockig hier, aber wo ist denn der lange Zug? Da kommt er. Kann man irgendwie gucken, wie viel der geladen hat. Details. Nee, ich hätte gerne die Statistik. Jetzt wurscht. Schau mal, und, wie viel macht er? entlädt sich. Der bringt Kohle. Der bringt Kohle. Boah. Da gleich noch einer hier. Wieder mit so einem offenen Pritschenwagen. Diesmal mit Eisen. Ach, das ist Kupfer. Haben wir aber noch nicht. Duplikat. 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 Da werden gleich reichen, ja. Kaufen. Warte mal kurz in die, ich mag nochmal kurz gucken. ich schreibe ja alles ein. Okay, anwenden. Halt hinzufügen. Laden. Halt hinzuf... Nein. Ah, fuck. Ja, passt schon. Ich wollte bearbeiten. Halt hinzufügen. Entladen. Also bei dir müssen wir jetzt bitte schauen, du kommst zurück ins Depot. Das ist noch ein Zug. Der kommt bitte auch ins Depot. Jetzt wird es wahrscheinlich kurz stocken, weil er da steht wie ein Irrer. So, aber jetzt sind die Borden weg. Da wird auch ein riesiger Amount von Eisen aufgeladen, direkt und cool. Jetzt wird Geld gemacht. Den verfolgen wir jetzt auch gleich mal. Alter, jetzt wird richtig Kohle gescheffelt hier. Der muss jetzt eine Ewigkeit machen, weil der Zug da vorbeifährt. Wie viel machst du jetzt? Fast 100.000, bedeutet, wir machen so 150.000 nur mit dem neuen Lagersystem hier. Weil jetzt kommt ja noch der andere und da sind ja, glaube ich, die Preise jetzt gestiegen, weil die Versorgung so gut ist. Wahnsinn. Leute, der kriegt nichts mehr rein, weil voll. Der muss jetzt mal hier bitte wachsen. die Stadt hat auch genug Bevölkerung, ne? Um einiges genügend hier neue Gebäude bauen. Baut die Stadt aus. Ja, jetzt hat er ein neues Level. Jetzt muss die Nachfrage bloß steigen. Ich glaube, das selbe Problem werden wir hier kriegen, obwohl der hat's schon. Der ist groß. Der ist, der will Level 6 werden. Der ist jetzt Level 4. Der kann schon auf Level 5 steigen. Und alles so. Aber ich kann unser Raximus GmbH-Gebäude ausbauen auf Level 4. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Und wir bauen aus. Unser Gebäude wächst und wächst und wächst. Wir brauchen als nächstes einen Wert von 77 Millionen. Wir haben aktuell einen Wert von fast 30 Millionen. Also 29 Millionen sind wir eher fast dran. Aber natürlich die neuen Züge, die wir haben, das ist nichts im Vergleich zu davor. Der ist komplett überfordert mit der Situation. Und als nächstes sollte man sich eventuell auf die auf den Ausbau des Straßenverkehrs mal kümmern. Weil wenn wir jetzt mal hier auf die Stadtinfo gucken, sehen wir, dass die Wirtschaft durchschnittlich ist. das Wachstum exzellent. Aber Passagiere sind schlecht. Deswegen, wir bauen noch einen Bahnhof weiter aus. Die Bahnhöfe sind halt scheiße. Vor allem der hier. Der ist mir zu klein. Ich brauche was Größeres. Aber da mache ich einfach einen kleinen Zug-Express hin. Was aber ausgebaut werden soll, ist der Bahnhof. Wenn möglich, soll hier auch ein 250 Meter Zug hin, Stationen. Sollte möglich sein heutzutage. Da ist vielleicht ich gerade aktuell kein Passagierzug hin, weil ich ihn abgerissen habe, außer Sinn. Meine Vögel drehen auch gerade wieder doch. Was denn? Die haben wir heute im Vogel wieder. Aber Leute, wir bauen das erst weiter aus in der nächsten Folge. Ich habe euch gefallen. Wenn ihr alles unbedingt einen Daumen nach oben da abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.